hallo und herzlich willkommen zu kleinen schnell info für den neuen hof duty modem vf 2 erste info ist es wird auf beiden plattformen rauskommen einmal auf blizzard und einmal auf steam das zweite es kommt am 28 oktober soll es rauskommende ist ja mal so eine sache ob es herauskommt das zweite ist worauf er euch hinweisen muss ist dass mit diesem mist automatisch auch wo so ein 2 rauskommt das heißt also wenn wir das installieren würden und deswegen werde ich mir das nächste nicht holen weil das ist ja speicherplatz verschwinden hoch 10 wenn wir uns das kann man in teil 1 hier wunderbar sehen das installieren würden beziehungsweise nur die kampagne müssen wir auch zusätzlich den datenmüll von 88,4 gigabyte mit runter installieren also war so was ich zum beispiel und eine andere überhaupt nicht spielen nicht mögen was einfach nur scheiße ist ich persönlich möchte nur die kampagne das sind 40 gigabyte bis unter 40 gigabyte und spezialeinheiten mission das sind dann noch mal 30 gigabyte heißt also wir werden auf 70 gigabyte das heißt also wir haben über das doppelte an datenmüll was wir installieren müssen genau das gleiche wird hier auch sein hier wäre auch ja war so ein 2 installieren müssen verpflichtend mit war überhaupt diesen ganzen track gehen können egal welche plattform der grund ist ganz einfach nicht etwa mit besser läuft oder sonst was nein wir könnten das ganze einfach auskoppeln er kann es einfach nur wenn man war so nicht installieren würde oder wenn das wirklich auskoppeln würde könnten die nicht mehr sagen bei ihren ganzen scheiß geldgeber so guck mal es ist ja auch so und so viel recht installiert und wir haben ja spieler sofern hier auch die kampagne und so spielt heißt es die anderen bei ihr startet ja war so was hier eigentlich war so ein spielt ich weiß es total bescheuert ja weil wenn die nur die kampagne spielt ist das für das ganze den ganzen client blizzard und so heißt das hier woraus und spielt das heißt also für ganzen geldgeber und sonst was dann sagen guck mal die spielen ja so das nächste was er unterkommen wird das haben wir in 3 1 schon super gesehen spezielleinheiten mission wird es dann auch wieder ein paar geben das war es dann da heißt es pech gehabt später vor so ein 2 irgendwas übel zur rotz ist ja und ach das wird in teil 2 genau ein und dasselbe sein ja das heißt also ihr seid wie ihr verpflichtet eure festplätze zuzubilden ob ihr das nun über steam oder über blizzard macht was euch trotzdem steam empfehlen weil blizzard ist scheiße war schon immer scheiße was auch mal scheiße sein wird das war die kleine info überlegt euch bevor ihr das holt ob ihr wirklich euer ganzen festplatte mehr zumüllen wollt mit etwas was überhaupt gespielt wenn euch nehmen wir zum beispiel wie ich nur die story interessiert beziehungsweise diese einheiten mission die den o plus so aus vier fünf dinger bestehen werden und das war es dann überlegt euch wirklich ob ihr euch ein bisschen holen wollt werden komplett preis für gar keinen fehlen ja normal spiel soll ja gibt sie euro kosten darüber 99 euro dass die finger davon zahlt nicht den normalpreis unter gar keinen umständen ja ihr kennt die gaming branche ihr seid wieder die angekackten wie es schon die jahre lang ist also lasst die finger davon überlegt ob ihr euer menschen platz zu holen wollt gut dann bis zum nächsten mal